Was geht ab meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem besten zweiten Kanal auf YouTube, da ist tatsächlich Guinness World Record technisch offiziell beglaubigt, ich glaube das habe ich schon mal gesagt, ich weiß nicht, ich beginne langsam die Ideen aus, ich sitze gerade eben quer auf meinem Stuhl, darum bin ich ein bisschen höher, heute die hohe Reaction, hohe Reaction hier am Start, meine Freunde, wir schauen mit dieser gefährlichen Spritze zum Traumkörper, das werden wir gleich herausfinden und wenn ja, dann werde ich es mir auf jeden Fall auch reinjagen, reinorgeln, Spaß. Ah, jetzt sind wir noch auf 1,75, weil wir gerade ein Tobias Huch wieder gesehen haben, so. Was haben Elon Musk, Jeremy Clarkson und Kim Kardashian gemeinsam? Sie sind reich. Alle haben in letzter Zeit ziemlich viel Gewicht verloren und zwar auf einem Weg, der nicht unbedingt legal in Deutschland ist. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir müssen über eine Sache reden, die aktuell wieder auf TikTok werden mag. Die ist richtig fresh. Ich habe in meiner Recherche dazu gesehen, dass zum Beispiel Sascha auch schon ein Video dazu gemacht hat, aber ich glaube in dem Video kann ich noch ein paar neue Sachen dazu sagen. Und ich glaube auch, manche von euch haben davon noch gar nichts gehört. Ja, oh ja, da gibt es irgend so eine Spritze und die, äh, und die, ist das eine Abnehm-Spritze oder ist das irgendwie ein Nebeneffekt, dass du abnimmst? Irgendwas ist da bei dieser Spritze und die ist gerade richtig, äh, auf TikTok und sowas halt, ähm, gehypt. Schau, er hat auch wieder dieses Mikrofon, das habe ich vorhin gesagt. Jeder Mensch auf der Welt hat dieses Mikrofon und ich habe mein Rode-Mikrofon, obwohl das halt top ist, ne? Manche denken sich jetzt, ey, worüber redet dieser Typ? Seit Menschengedenken, das ist ziemlich lang, versuchen Menschen irgendwie dem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen und eifern dem natürlich nach. Und so ein Bild handelt sich natürlich, ja? 90er und Nullerjahre waren Frauen eher dünn und sehr, sehr schlank, fast schon abgemagert. Und dann, als soziale Netzwerke, Instagram und Co. größer wurden, wurden vor allen Dingen Curvy-Körper beliebt. Große Oberweite, schlanke Taille, großer Hintern. Mittlerweile kippt das Ideal wieder und schlankere Körper werden wieder in, auch so geisteskrank, ne? Oh, du hast einen großen Hintern? Ja, sorry, ist jetzt nicht mehr cool. Und auch bei Männern gilt ja schon sehr lange ein schlanker, sportlicher Körper als Ideal. Vielen fällt das... Ja, genau. Das ist irgend so ein Diabetes-Medikament. Genau. Das ist halt das. Aber nicht immer so einfach, das zu erreichen. Weil Menschen eben unterschiedlich sind, ja? Anders aussehen, andere Gene haben, andere Umstände. Aber hier hat natürlich TikTok die passende Lösung dafür parat. Natürlich gibt es dafür etwas, was man kaufen kann. Osempic. Osempic ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, was man sich spritzen muss. Das ist eigentlich nur der Name des Medikamentes. Eigentlich geht es darin um den Wirkstoff Semaglutid. Und Osempic ist ein Medikament, was eigentlich für Diabetes Typ 2 Erkrankte entwickelt wurde. Ja, also ganz kurz nochmal auch für den Dude, der eventuell dieses Video überprüfen muss. Ähm... Das hier ist keine Promotion für... Ach so, es ist deine Zeit. Das war keine Absicht. Ich hab mich, ich hab mich, äh, verklickt. Äh, hä. Äh, turn up. Einfach orangen. Äh, das ist, äh, hier kein, äh, Promotion von Osempic oder sonst was. Ich find das mega dumm, wenn man das nimmt. Generell, wenn man, ähm, Medikamente nimmt, die für einen anderen Zweck geeignet sind, als du ihn verwendest, ist das haaglich. Ich weiß nicht, ob es das Wort in Deutschland gibt, aber es ist haaglich. Hey Küsor, wie lange streamst du noch? Äh, keine Ahnung. Mal schauen. Stunde. Falls ihr euch fragt, was ist dieses Semaglutid, was da drin enthalten ist? Semaglutid ist ein GLP-1-Rezeptor-Agonist. Was bedeutet, das ist die Wirkung des humanen, inkretin-gluakon-ähnlichen Peptids-1-GLP-1-Nachabend. Ja, klingt ziemlich wissenschaftlich und für viele Menschen da draußen überhaupt nicht interessant. Aber interessant ist dabei vor allen Dingen die Wirkung. Denn es verringert das Hungergefühl und unterdrückt den Appetit. Dann isst man weniger und wer weniger isst, nimmt ab. Und abnehmen finden wiederum ziemlich viele Menschen cool und dachten sich dann, als sie das gehört haben, ja gut, also das ist ja jetzt für Diabetes-Erkrankte, aber also wenn ich mir das jetzt spritze, dann könnte, ne, hier. Warum das so gefährlich ist, darüber reden wir gleich. Aber das Ganze tun mittlerweile so viele Menschen, weil es eben durch Social Media, TikTok groß geworden ist. Das ist ein sehr weirder Kommentar, aber irgendwie, Klängern hat ein sehr symmetrisches Gesicht, oder sehe ich das falsch? Der Boy hat einen sehr, der Boy ist, jedes Mal, wenn wir Klängern sehen, mache ich ihm ein Kompliment. Melon Hero, danke dir für den Prime Sub. Klängern, wenn du das siehst, himm mir ab, ne? Spaß. Dass es aktuell einen Mangel an diesem Medikament weltweit gibt. Normalerweise kostet so ein Ding 90 Euro pro Spritze. In Hollywood zahlt man gerne bei den richtigen Ärzten 1500 Dollar dafür. Und die Gallionsfigur, die das Ganze groß gemacht hat, ist Kim Kardashian. Ja, früher bekannt für ihre curvy Sanduhrenfigur. Die natürlich auch immer von Natur aus da war. Ja, klar. Ja, auch da musste ein bisschen nachgeholfen werden. Ja, Eigenfett wurde gespritzt. Die Nase ist schief, der am Dornbeck. Ne, ne, ne. Klängern, schon ein sehr attraktiver junger Mann. Brasilien Butt Lift. Und dann sieht man... Klängern, wenn du das siehst, ich würde dich adoptieren. ...halt nicht mehr so aus, sondern irgendwann so. Mega, der Trend wurde ausgelöst. Sehr, sehr viele Frauen wollten eben so aussehen und so einen Körper haben. Und jetzt wandelt sich halt das Schönheitsideal. Und Kim Kardashian wandelt sich einfach mit. Ja, kleiner Trick, wenn man trotzdem im Geschäft bleiben möchte. Besonders groß wurde das ganze Thema auf der Mad-Gala. Dort ist Kim Kardashian nämlich mit einem Kleid von Marilyn Monroe gekommen. Damit sie da reinpasste, musste sie einige Kilos abnehmen. Und das Branchenmagazin The Cut hat dann darüber berichtet, dass sie halt Osempic eingenommen hat, um dieses Gewicht überhaupt zu erreichen und in dieses Kleid zu passen. Und wenn man ein Motos von ihr aus den verschiedenen Jahren vergleicht, sieht das echt heftig aus. Ja, es wirkt wie so ein komplett anderer Körpertyp. 2006. Das ist halt auch einfach so ein 2006er Kleidungsstil. 2006, 2019 ist halt... What the hell? Okay. Ähm, das... Ja, jetzt ist gleich wieder Bodyshaming und sowas. Na, das ist halt obviously hier dieses... Kleid. Oder so. Diese Haut, die sie hier trägt, ähm... Ähm... Begünstigt das sehr, aber die Körperform ist schon sehr extrem. Und da schaut sie immer... Ich sag jetzt bewusst normaler aus, weil das halt ein außergewöhnlicher Körper ist, der jetzt natürlich trotzdem nicht schlecht aussieht, nur... Vielleicht ist es auch einfach das Bild, ne, aber... Ja. Sie geht auf jeden Fall nach dem Trend, so wie es aussieht. Oder es sind halt einfach nur sehr gut rausgepickte Bilder. Anni, Bunny, danke dir nochmal für die fünf verschenkten Subs, du bist auch komplett crazy unterwegs. Komplett auf Crazy Daisy angelegt... äh, angelehnt. Äh, ich küsse deine Augenbrauen, Anni, Bunny. Typ einfach. Und nicht nur bei ihr, auch bei ihrer Schwester Chloe wirkt das Ganze fast noch heftiger. Die sah nämlich früher so aus, aber mittlerweile sieht sie so aus. Und das wirkt jetzt nicht unbedingt besonders natürlich oder gesund. Auch da sind die Gerüchte groß, dass vielleicht so ein bisschen nachgeholfen wurde bei Mutter Natur. Aber, so scheiße das auch klingt, das lohnt sich halt für die. Wenn man halt durch solche Mittel dafür sagt, dass man komplett weiterhin im Trend bleibt, kann man so mit seinem Körper weiterhin Geld verdienen. Und zwar viel, sehr viel Geld. Ja, deren Körper ist halt deren Kapital. So vermarkten die sich und vor allen Dingen auch Produkte. Genau so nach diesem Mechanismus funktionieren halt gefühlt alle Influencer. Leute sehen dich halt und sagen, ey, das hätte ich auch gerne. So möchte ich vielleicht auch mal aussehen. Ja, und wenn es sich halt ändert, wie Menschen aussehen wollen, dann ändert man sich einfach mit. Hey, ist doch nicht so schwer, Leute. Äh, was? Diabetiker bekommen ihre Medikamente nicht mehr? Äh, ja, gut. Wir müssen als Gesellschaft auch alle mal ein paar Opfer bringen. Für Instagram-Influencerinnen. Und tatsächlich kommen immer wieder neue Promis mit der gleichen Masche ins Gespräch. Bei Reality-Star Kyle Richards waren die Gerüchte ebenfalls da. Und die Moderatorin Chelsea Handler hat auf der Bühne bei den Critics' Choice Awards folgendes gesagt. Mein Anti-Aging-Arts verschreibt es jedem. Sogar meine Haushälterin nimmt Osempic. Cool. Scheint ja. Ich dachte für real, er sagt, ja, die hat sich auch auf der Bühne das gespritzt. Ein richtig cooler Arzt zu sein. Wenn man das jetzt sieht, könnte man vielleicht denken, ja, ne, es sind halt Frauen. Schönheitsideal und Schminke und so. Klar, kennst du eine, kennst du alle, hör mir auf mit denen. Aber es gibt tatsächlich... Kaiser, was ist denn körperliches Vorbild? Süß. Auf jeden Fall. Ich habe den dran. ...echtlich auch sehr viele Männer. Prominente Männer, die das eben... ZYZZ. ...neben. Der bekannteste von denen ist wahrscheinlich Elon Musk. Der sah nämlich von einiger Zeit noch so aus und wurde so fotografiert. Wieso haben Milliardäre eigentlich immer einen Körper wie so ein Superbösewicht? Aber diese Fotos haben wohl auch ein bisschen bei ihm am Ego gekratzt, als sie veröffentlicht wurden. Mittlerweile hat er nämlich 14 Kilo abgenommen im Vergleich zu damals. Und das haben auch Leute auf Twitter gemerkt und ihn gefragt so, ey, Elon, krass, wie hast du das denn gemacht? Hey, Elon Musk, what's your secret? You look awesome, fit, ripped and healthy. Lifting weights, eating healthy. Sprott machen, gesund essen. Seine Antwort darauf. Fasting. And Wegovy. Wegovy ist genau der gleiche Wirkstoff, nur halt ein anderer Hersteller. Und auch Jeremy Clarkson. Kennen wir viele? Ja, also, äh, der, ähm, Elon Musk ist jetzt keiner, der irgendwie healthy unterwegs ist oder sonst was. Der Dude, der Dude ist halt auch einfach crazy, ne? Also, ähm, äh, jetzt nicht mal im negativen Sinne. Der Typ ist halt einfach ein komplettes Arbeitsvieh, so der ist der Inbegriff von einem Workaholic. Der hakelt jeden Tag, der schläft in seiner Fabrik und dann ist ihm immer noch so langweilig, dass er sich denkt, er kauft jetzt Twitter. Weißt du, was ich meine? So, das, das ist, wenn der Typ arbeitslos wäre, der, wer, der, keine Ahnung, der, 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 der wäre ja nicht mal arbeitslos, der wäre ja nicht mal arbeitslos, er würde irgendwas machen, er würde, keine Ahnung, Rasen mähen oder sonst was. Ähm, aber, was soll ich jetzt sagen? Ja, also, da ist halt dann noch, also, es ist nicht klar, dass er das dann auf dem Weg macht, aber ich, ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass Elon Musk sich jetzt zwei Stunden am Tag, äh, die Zeit nimmt und, mega healthy am Essen ist und Sport macht und fit wie ein Turnshow wird und sowas, dem ist es egal, der will von mir aus ein bisschen besser aussehen, also, er, er wird jetzt nicht so viel drauf, äh, achten, aber natürlich kratzt es an deinem Ego, wenn halt, äh, sehr unvorteilhafte Bilder von dir veröffentlicht werden und, ja. Da machst du sowas halt. Viele bestimmt von Top Gear schwärmt tatsächlich über diesen Wirkstoff und sagt, ah, es ist so geil, ich hab gar keinen Hunger mehr, ich guck mir Essen an und will es gar nicht essen. Alle diese Promis reden darüber und alle... Aber wie soll man so viel arbeiten, wenn man, äh, so hungert? Wenn man so hungert, ist man doch die ganze Zeit müde. Das ist ein guter Gedanke, aber ich denke, dass du dann, weil du verlierst ja den Appetit, du brauchst, aber dein Körper braucht aber trotzdem noch die gleiche Energie, beziehungsweise, wenn du merkst, du bist müde, dann haust du dir wahrscheinlich halt irgendwas mit Zucker rein oder du haust dir halt irgendwas rein, keine Ahnung, irgendeine Dexter Energy oder sowas. Dabei ist die viel bessere Alternative mit meinem Code Kaiserv... Ihr wisst, was ich meine. Äh, hoppla. Aber du wirst halt dann einfach, ähm, ja, irgendwelche sehr fettigen oder sehr zuckrigen, äh, sag ich mal, zuckrigen, halt ungesunde Sachen, halt einfach essen, aber davon halt einfach wenig, na, weil du halt keinen Appetit hast oder Energydrinks trinken oder sonst was. Alle diese Berichte machen Osempik oder Vigowi noch bekannter. Gesund ist es nicht. Gut, das könnte man über dieses Video auch sagen, aber ich würde mal behaupten, Aufklärung ist nochmal was anderes. Aber diese ganze Aufmerksamkeit führt aktuell zu Osempik-Mangel bei Diabeteserkrankten. Und die Hersteller sagen auch, ey, ja, was sollen wir machen? So viele Menschen kaufen das gerade. Und auch wenn das natürlich sich irgendwie nicht so richtig anfühlt, kann ich das Ganze so ein bisschen nachvollziehen. Viele Menschen da draußen haben Probleme mit ihrem Körper und fühlen sich vielleicht irgendwie nicht wohl. Weil sie sagen, okay, ich wäre gern schlanker, ich wäre gern fitter, ich würde gern anders aussehen. Aber sowas ist vor allen Dingen auch schwierig zu erreichen. Viele haben ja vielleicht ein Idealbild, dem sie nacheifern, von Instagram, TikTok oder aus Filmen. Aber das sind halt Idealbilder. Und diese Leute, die so aussehen, legen oft ihren gesamten Alltag darauf aus, so auszusehen. Schauspieler und Models haben halt den Job, gut auszusehen. Dafür werden die bezahlt und dafür geben die auch richtig viel Geld aus. Und auch trotzdem helfen von genau denen sehr, sehr viele immer noch so ein bisschen nach. Ja, auch zum Beispiel der Nutzen von Steroiden unter männlichen Schauspielern ist viel weiter verbreitet, als man denken mag. Aber mit dem ganzen Background kommt so ein Wundermittel vielen Menschen eben gerade recht. Wenn du halt abnehmen kannst, ohne Willenskraft. Du musst nichts dafür machen. Kein Sp... Willenskraft. Merkt euch das. Boah, kein Fokus auf gesunde Ernährung. Einmal in der Woche so eine Spritze. Fertig. Und manche von euch hören das bestimmt und denken sich, boah, ist das geil, das brauche ich auch, wo gibt's das? Und haben Google schon im zweiten Fenster geöffnet. Aber solche Medikamente einfach so zu nehmen, birgt auch sehr, sehr viele Risiken. Diesen Einsatz von so einem Medikament nennt man Off-Label-Einsatz. Weil das Medikament natürlich nicht dafür zugelassen oder getestet wurde. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt davor, diesen Wirkstoff als Lifestyle-Therapie zu benutzen. Ja, ihr müsst euch schon vorstellen, sowas wie... Sowas. Jesus Maria. Solche Leute wie Kim Kardashian oder Elon Musk, die werden... Warte. Weil das Ganze... Ah, das schaut doch besser aus. Die werden Ärzte haben, die sie ständig monitoren, die ihnen... Die sie natürlich auch über die Risiken aufklären. Du siehst es halt auf TikTok. Du siehst es halt auf TikTok oder auf YouTube. So, ah, okay, da gibt's diese Insulinspritze und... Damit kannst du jetzt super abnehmen und die Promis machen das und... Warum soll ich das nicht auch so machen? Aber wie er eben gesagt hat, da ist auch jemand im Chat, der halt meint, yo, sie ist Diabetikerin, bitte nehmt das nicht. Und das ist halt wirklich so, wenn es halt einen Mangel an diesem Produkt gibt und es Risiken mit sich bringt, die du nicht abschätzen kannst, weil du nicht diese ärztliche Betreuung hast, wie es halt reiche Menschen, ich sag jetzt einfach mal so im Schnitt halt haben, dann macht es keinen Sinn, sowas zu nehmen. Und dann macht es wirklich... Vor allem, es ist auch nicht gesund, selbst wenn du es so abnimmst. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als du hungerst dich halt runter und es ist halt nicht gesund, plus du hast halt eventuell dann einen Jojo-Effekt. Geh raus, mach Sport, ernähre dich gesund. Dafür sind... Also so ist der menschliche Körper ausgelegt, dass er dann halt eventuell abnimmt. Oder... Keine Ahnung, versuch halt verschiedene gesündere Alternativen zu dieser Osampeg-Spritze da. Ja, für dich zu entdecken. Dass du vor allen Dingen auch Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen kannst. Risiken und Nebenwirkungen? War da nicht was? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt. Eben, und wenn das nicht klappt, sprich mit deinem Arzt. Es ist halt so. Es ist halt... Du kannst es halt nicht auf... Vielleicht wirkt das auch bei einem... Keine Ahnung, ich kenne mich da so wenig aus. Sprich mit deinem Arzt. Ja, genau die fragt man und genau die haben darauf geantwortet. Die Deutsche Apothekerzeitung warnt vor der Einnahme dieses Medikaments. Das Problem dabei ist, dass dieser Stoff direkt an der Bauchspeicheldrüse wirkt. Und die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr wichtiges, aber auch empfindliches Organ. Nebenwirkungen, die auftreten könnten bei der Einnahme von Osampeg oder ähnlichen Medikamenten. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Durchschnittlich in einem von zehn Fällen. Diabetische Retinopathie. Das bedeutet, kleine Gefäße im Auge verstopfen und man sieht nicht mehr so gut oder kann sogar blind werden. Auch einer von zehn ungefähr. Chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung und Entstehung von Gallensteinen ist möglich. Ungefähr bei einem von 100 Fällen. Und in Tierversuchen wurde auch ein erhöhtes Risiko für bestimmte Schilddrüsenkrebsarten festgestellt. Puh. Das sind die ganzen körperlichen Merkmale. Es hat aber auch direkte Auswirkungen aufs Gehirn. Also Auswirkungen im Sinne von Gefahren. Es wird immer wieder von Probanden berichtet, dass der Körper physisch gegen Nahrung rebelliert und sie Essen dann irgendwie abstoßend fanden. Schon der Gedanke an Essen soll bei manchen Übelkeit und Krämpfe ausgelöst haben. Und allgemein soll sich dadurch das Verhältnis zum Essen ändern. Ja, manche sagen, sie hassen Essen danach. Klingt für mich jetzt eher nach, kauf diese Spritze und bekomm eine Essstörung gratis dazu. Naja, zwei in eins, ne? Und es sind aktuell auch noch keine Langzeitwirkungen bekannt. Also Studien... Das hört sich halt vielleicht eventuell, wenn du wirklich extrem abnehmen willst, nicht schlecht an. Aber Bruder, wisst ihr wie geil... Was ist das für eine Frage? Wisst ihr wie geil Essen ist? Einfach imagine, du hast so gerade richtig Hunger, aber dann im gleichen Moment denkst du dir so, ich habe gar keinen Bock irgendwas zu essen. Bruder, das muss ja das schlimmste Feeling ever sein. ...wo die Probanden über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Und, was vor allen Dingen ganz entscheidend dabei ist, Semaglutid wurde auf die Therapie von Adipositas-Patienten getestet. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die Dinger haben ja eine gewisse Dosis und es macht einen sehr großen Unterschied für den Körper, ob es ausgelegt ist für jemanden, der 140 Kilo wiegt oder 50 Kilo. Alle diese Nebenwirkungen gelten für Adipositas-Patienten, weil damit halt getestet wurde. Puh, klingt nicht so geil. Sollte man vielleicht... Ja, und Schildkröten oder nicht? Nicht unbedingt nehmen. Zumindest nicht als Off-Label. Ja, wenn man sagt, ich möchte damit abnehmen. Dennoch ist es natürlich für manche Menschen, Diabetes-Patienten, normales Medikament. Wegovi ist seit 2021 in den USA zugelassen. Seit 2022 auch in der EU. Aber in Deutschland ist es zum Beispiel nur als verschreibungspflichtiges Medikament zugelassen. Also eigentlich auf legale Weise bekommst du das nicht einfach so in der Apotheke. Den freien Markt dazu sollte es eigentlich überhaupt nicht geben, dass man hingeht und es kauft und dann einfach nimmt. Ja, sollte. Aber trotzdem bin ich bei meiner Recherche immer wieder auf Leute gestoßen, auf irgendwelche Randoms, die das Ding in die Kamera halten und bewerben und sagen, wie geil das Ganze doch ist. So, ich war jetzt beim Arzt und ich habe jetzt das da bekommen. Das ist so... Ich weiß nicht genau. Ist das einfach so ein Mittel? Ja. Keine Ahnung. Also weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Bro. Wenn du keine Ahnung davon hast, solltest du vielleicht nichts dazu sagen. Ich muss das einmal in der Woche in mein Bein spritzen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt gleich mal. Abnehmen mit Insulin. Abnehmen mit Insulin. Jenny erzählt. Erzähl mal irgendwas über... Keine Ahnung. Erzähl mal was über Insulin. Erzähl mal, Jenny. Ja, ist doch egal. Einfach rein da in den Körper. Das ist so geil. Mein Arzt hat mir was beschrieben. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich weiß, dass es Insulin ist. Keine Ahnung, was das genau jetzt ist. Ja, ich weiß überhaupt nichts. Was soll's? Ja, Hauptsache das Internet sagt, dass alles gut damit ist. Weil alles, was im Ende... Wenn du das recherchierst und du triffst auf dieses TikTok, der Kleinkern hat sich gedacht, Goldgrube, das muss ins Video. Oder wofür? Also, liebe Jenny, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber erzähl ich irgendwas anderes. Internet steht, stimmt. Zum Beispiel, wenn man es einfach selber ins Internet reinerzählt. Dann kommen halt solche Sachen dabei rum. Ich wollte ja unbedingt mal mit einem Arzt sprechen, der sich ein bisschen auskennt mit der ganzen Sache, mit dem Ozenpik. Er hat gesagt, dass mir... Die schreibt das ja nicht einmal richtig. Ozenpik? Schreibt man das nicht O-Z-E-M-P-I-C? Ozenpik für Insulin? Es ist nicht böse gemeint, wenn sie irgendwie... Weißt du, was ich meine? Der sich ein bisschen auskennt mit der ganzen Sache, mit dem Ozenpik. Er hat gesagt, das Medikament ist sehr, sehr unbedenklich im Sinn von irgendwelche Folgeerkrankungen. Das ist alles nicht erwiesen. Ja, scheint auf jeden Fall ein super Arzt zu sein. Andere Ärzte, wie gesagt, warnen allerdings davor. Vor allen Dingen, weil sie sagen, ey, ja, das Ganze wirkt vielleicht in der Form, aber nur, solange man das einnimmt. Wenn man aber damit aufhört, weil man sagt, okay, ich hab mein Gewicht vielleicht erreicht, ich möchte das nicht mein ganzes Leben nehmen, kann man sehr, sehr schnell wieder zunehmen und ein Jojo-Effekt tritt ein. Denn das Ganze funktioniert halt nicht, wenn du es absetzt und danach einfach genauso isst und dich so wenig bewegst wie vorher. Ja, dann kommen die Kilos eben wie damals jetzt auch wieder drauf. Damit das also funktioniert, musst du entweder dein Leben trotzdem ändern oder das ganze Ding ein Leben lang nehmen. Und zum Thema Lebensgewohnheiten trotzdem ändern, genau so wurde dieses Medikament auch getestet. Adipositas-Patienten mussten nebenbei in der Studie trotzdem ihre Lebensgewohnheiten, Sport, Ernährung ändern und zusätzlich das Medikament einnehmen. Für alles andere haben wir überhaupt gar keine Studienlagen. Wenn du dir also irgendeinen Scheiß reinspritzt, ziemlich gefährlich. Jeder halbwegs kompetente Mediziner lädt dir dringend davon ab, das einfach nur zu nehmen, um abzunehmen. Es zeigt sich also mal wieder, man sollte vielleicht nicht jeden Scheißtrend aus dem Internet mitmachen, könnte ziemlich ungesund werden. Und es zeigt sich auch mal wieder, dass eine gesunde Ernährung und Sport eigentlich das Beste sind, was man seinem Körper nur antun kann. Natürlich wird es immer Leute geben, die zu irgendwelchen komischen oder illegalen Mitteln greifen. Einfach, weil du so extrem viel Geld mit deinem Körper verdienen kannst. Laut Google hat Kim Kardashian ein Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar. Das ist so unfassbar viel Geld und ein nicht kleiner Teil ist auch darauf zurückzuführen, dass sie eben aussieht, wie sie aussieht. Und dass sehr viele Menschen, gerade jüngere Menschen auf sozialen Netzwerken, halt irgendwie genauso aussehen wollen. Und wenn du dann noch gepusht wirst, weil sich das Schönheitsideal plötzlich ändert und du dir denkst, fuck man, ich muss jetzt abnehmen. Dann ist es umso mehr kackiger, wenn du siehst, ah, die, die ich vorher toll fand, die sieht ja jetzt auch plötzlich so aus. Und dabei ist es irgendwie auch kein Wunder, dass Studien belegen, dass Instagram zu Körperdysmorphenstörungen oder Essstörungen führen kann. Weil sich Menschen dort permanent mit anderen vergleichen, dem nacheifern und das Bild im eigenen Spiegel irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Vor allen Dingen vergleichen mit Menschen... Ich frage mich halt wirklich, wie das dann ist so mit dem, ähm, wenn wir das jetzt nochmal angesprochen haben, äh, mit dem Schönheitsideal. Weil es, es wird sich ja nicht einfach so random in fünf Jahren, werden sich da nicht alle Leute denken, ah, eigentlich finde ich das jetzt, also finde ich jetzt das schöner. So, wie kommt das auf? Oder wer, wer sagt, ja, so ist das jetzt. ... die mit sehr unnatürlichen Mitteln sehr viel nachgeholfen haben. Ja, Freunde, ich bin sehr gespannt, was eure Meinung zu der ganzen Thema... Nehmt es nicht, äh, und wenn ihr das nehmt, dann, äh, macht es auf jeden Fall, äh, solche TikToks wie die Jenny und erzählt so ein bisschen was. Es ist nicht böse gemein. Also, nochmal, das war jetzt ein bisschen vielleicht, äh, zu gemein der Jenny gegenüber. Jenny, falls du es siehst, äh, grüß deinen Arzt von mir. Ja, aber crazy, crazy daisy, auf jeden Fall. Ja, cauer. Bis zum nächsten Mal,